Hallo, stell dich vor, ich bin der Night Industry 2000, meine Seriennummer ist Alpha Delta 227529. Bist du krank? Möglich, jeder einzelne Draht tut mir weh. Kannst du schwimmen? Sicher, aber Autos sind nun mal nicht dazu geschaffen, im Wasser zu fahren. Kannst du fliegen? Man muss doch nicht von einem Hund gebissen worden sein, um Hundebisse nicht zu mögen. Außerdem, wenn Autos zum Fliegen bestimmt wären, hätten sie Flügel. Sind Computer doof? Mit Sicherheit nicht, Computer sind sehr ernsthafte Geräte. Schalte auf Automatik. Wie sie wünschen. Schalte dich ab. Schalte dich ab. Das wär's dann wohl für heute.